Ja, da bin ich wieder mit einer weiteren Geschichte, wo es um Optimismus geht. Optimismus, wo man ja so schnell sagt, ja, ich ahne, ich bin optimistisch, wo man aber dann beweisen muss, wenn man in einer schwierigen Situation ist. Ich habe das erlebt in Latinamerika, in Kolumbien, wo ich eine Frau kennengelernt habe, die dermassen beeindruckend umgegangen ist mit schwierigen und schwierigsten Situationen, das ich darüber geschrieben habe in meinem Buch Umwege. Und das möchte ich nachher gerne vorlesen. Das ist der nächste Clip, den ihr anwählen könnt. Der geht etwa 5 bis 7 Minuten. Und dort hat es auch noch Fotos darauf, damit ihr euch auch die Situation, die Stadt und das Leben dort ein bisschen vorstellen könnt. In 14 Tagen gibt es hier nochmal einen Clip. Es geht dort wieder um Optimismus. Und am Schluss gibt es ein Buch zu gewinnen. Wir verlassen drei Bücher, Umwege. Und wer nicht warten kann, wer eines jetzt schon möchte haben oder wer eines verschenken möchte, kann bei mir direkt eines bestellen auf meiner Homepage www.roebikoller.ch www.roebikoller.ch Alles an einem Stück. Ich wünsche viel Vergnügen.